Willkommen zurück zu einer weiteren motorisierten Folge Party Ananus mit einem Mann, der gerne seine Party-Ananas in die Meute wirft. Kreis! Ja, Ananus Manus war früher mein Name. Im alten Rom. Ananus Maximus Manus. Der hatte einen sehr großen Kranz. Sehr großen Kranz, sah aus wie ein Domus von oben. Ein wunderschönes römisches Bauwerk mit Gartenkranz drumherum. Was nehmen die Leute? Wahrscheinlich Broken Arrow, ne? Ja, wahrscheinlich. Da geht schon die erste Stimme rein. Ja, Broken Arrow. Obwohl, ne? Die Brücke... Ich geh auf Into the Game. Into the Game. Into the Game. Aber die Leute wollen den gebrochenen Flügel. Operation... Die wollen... Schwarzbrannt. Silver Arrow. Operation Schwarzgebranntes. So, warte mal. Ich nehm auf jeden Fall... Wo ist der denn hier? Der Motor Max. Der Motor Max. Hier, ich nehm eher El Shacho, Alter. Der Motor Max. Hier, El Shacho. Schmeckt mein den Reichtum. Schmeckt mein den Reichtum. Der Motor Max, Mann. 6.000 Knochen für ausgegeben. Boah, Alter und... Ey. Ich bin schon weg. Wer ist ein Knüppel? Ich bin schon weg. Ich hab so in den Rücken bekommen, du. Ich will den Knüppel. Absolut, Reutig. Also ich kann dir jetzt schon sagen, Team Grün ist, glaube ich, jetzt schon Highskill Enemy Number One. Was? Kreis, was machst du? Ich roll hier runter wegen dem Wind. Haha, die Eule stürzt sich in den Tod. Sie sagt, ich kann fliegen. Nein. Ah. Nein. Du musst weg. Ich muss was gingen. Und jetzt runter mit ihm. Oh nein. Vorsicht aber. Vorsicht. Oh. Oh, lass mich. Der Hase ist ziemlich fies. Flügel friert. Ziemlich fies. Wow. El Kiko. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich glaub an dich. Oh, oh, oh. Landeklappenunfall. Pfanne. Da kommt ne Banane. Oh nein. Die Banane, Alter. Tolle Banane. Ich hab dir nicht mal in. Ey, ich schwör dich, ich hab dir nicht mal ansatzweise in deine Richtung geschlittert. Also, ich wollte den anderen treffen, aber die ist einfach durchgezogen. Ihr hätt einfach durchgezogen. Du hast Banane. Das war irgendwie, ja, das war wie so eine Art Sniper-Banane. Oh, 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 da kommen wir so ein, na, vielleicht schwingt man daneben. Na, mein Keks war nicht so gut. Kein guter Keks. Oh, Bananen sind irgendwie hochgefährlich. Bananen sind hier hochgefährlich auf der Map. So eine toxische Banane ist schon was krasses. Danger none. Oh, 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 oh. Wer gewinnt das? Oh, wer gewinnt das? Ich glaub, ich glaub, der Hase. Ne, es war doch so der Hase. Doch, es war der Hase. Niedlichkeitsbonus. Äh. Okay, Team Grün muss auf jeden Fall. What the? Was? Ich bin raus, ich, keine Ahnung, der Flügel war richtig flutschig, glitschig, hat's mich direkt rausgewamst. Ey, Alter, jetzt wollen sie zu zweit hier auf mich gehen. Ich zieh dich mit runter, haha. Ich hab mich an ihm festgehalten, hat er wenigstens davon, der Penner. Oh, damit hat Blau die Eule nochmal mit der Banane weggezogen. Oh, der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Boah, hab ich ihn rausgewumst hab, Alter. Alter, nee, ich werd hier schon wieder, also, kann ich auch mal jemanden schlagen? Ja, ich bin mit dem Hase runter. Das war's. Alles liegt bei dir. Oh, Wind. Vorsicht, Eulenwind. Der Eulenwind, fieser Eulenwind. Ach, da hinten ist eine Banane. Guck mal, wie ich ihn eigentlich gepuncht hab. Oh, nein. Egal, ich bleib... Ey, der Blaue hilft ihm. So. Ich hab noch bald einen Keks. Weg mit ihm, Alter. Vorsicht vor der Katze. Ich mein, du bist ein Tiger, du musst es eigentlich rein theoretisch gewinnen. Oh, was war das? Oh, Dropkick, Alter. Was für einer? Der war irgendwie zu heftig. Okay, Dropkicks auf dem Flugzeug. Keine gute Idee. Oh, die Kuh. Wie dieser Hase immer neben mir spawnt und mir dann auch direkt, Achtung, auf die Fresse geben will. Nein, das bin ich, der eine. Leute, ich bin bewusstlos. Ich bin schon wieder weg. Ey, es gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Du musst grün weghauen. Grün ist weg, nice. Ja, ja, ja. Boah, guck mal, wie er frei räumt. So ein Tiger-Punches. Schmeckt mein Reichtum, hä? Ich bin der Erfinder von den Kellogs. Haha. Deswegen, ich bin so reich. Was ist das Geheimnis der Kellogs? Es ist das Oil. Es ist das Öl in den Kellogs. Das ist das Öl. Das bin ich. Ich bin der Motorisierte. Hinter dir war eine aggressive Katze. Es gibt's nicht. Raus mit ihm. Oh mein Gott, ich hänge am Flügel. Er hängt echt am Flügel. Alter, ich hab mich hoch mit dem Flügel gewamst. Wamsert. Hier ist noch einer. Hau ihn weg. El Crocolo. Die Bombe kam direkt auf mein Gesicht. Ich hab direkt eine Gesichtsbombe kassiert. Ja. Ja, raus mit ihm. Er ist weg. Du siehst aus wie hier Quicksilver ein bisschen, ne? Mit dieser Brille. Ja, ja, ja. Dann, 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 dann. Alle rollen erstmal weg. Boah. Boah, das ist eine Dose Spinat. Wir müssen grün. Grün muss zuerst vernichtet werden. Oh. Alter. Das Schwein. Ich bin auf seinem Schweinerücken gebounced. Nom, 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 nom. Ja. Die kann ich nochmal, die Cam, also. Jetzt nicht. Ja. Die Banane. Warum knock ich ihn denn nicht? Jetzt weg mit ihm. Ja. 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 Da sind sich Silversurfer in. Ich habe preis Industrie-Kollegs, Kollegs, 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 Kollegs gegessen. Kollegs. Schöne Kollegs. Schöne ländische Variante. Machen wir lecker Kollegs auf die Klötke. Schöne Kollegs auf die Klötke. Schöne Kollegs auf die Klötke. Schöne, lecker, lecker. Kannst du hier ein schöner mit Zwiebeln sein für Ketchup und Körnichloss. Woo. Yeah. Ja, komm ich doch umsteh mit deinen Faust. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich mache die, ich gebe euch mein Geld-Face, Alter. Ich mache seine Augen zu, weil er tot ist. Wie ist Football, Alter? Nee, kenne ich auch noch nicht. Es gibt noch so viel Kram, was wir nicht kennen. Das ist der richtig Umfang, das Spiel, ne? Ja. Da brauchst du aber jetzt einen Tiger, du. Da musst du ja wieder Tiger und einen Flieger nehmen. Jeden Tag kommt der Tiger-Patch, ey. Everyday-Patch, irgendwie. Ja, 500 MB jeden Tag, ne? So ungefähr. Also die hauen dauernd Patches raus. Everyday-Football, ne? Ja. Alter, guck ihn dir an. Boah, hier. Lord Ross. Lord Ross. Lord Wall Ross. Mit gutem Horn. Lord Wall Ross. Ich bin Lord Wall Ross. Wikinger Ross. Ich mache weinende Katz-Katz. Ich bin so glücklich. Okay. Der hat schon was. Aber den kriegen wir nicht. Hab ihn. Ja, nice. No, 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 was machst du? Schleuders Ding weg. Ey! Otzer! Ich hab ihn. Ja, ja, sehr gut. Den Kork geht er kaputt. Der Golden Kork. Alter, dieser Otter. Quack. Ich lieg da bewusstlos rum. Ich kann nix tun. Quack. Achtung, der Hai hat ihn. Ey, Schade, Kolo. Ich hab ihm übelst die Fiske gegeben. Zieht es weg. Zieht es weg. Ich hab ihn weggeschmissen erst mal. Oh, 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 oh. Nein! Das gibt's doch nicht. Nee. Ey, was? Kuschelfäuste nur gekriegt. Ja, das waren wirklich so Kuschelfäuste. Dein Tier ist zu weich. Einfach zu weich. Soft Fist. So unverschämt soft. Boah, Alter. Ich hab hier so eine Football-Grätsche bekommen. Ich bin schon wieder genockt. El Rotor. El Daco. Die wollen unseren Enten vorhin verprüfen. Ich lieg immer noch. El Ottero. Ja, schnapp ihn dir. Sehr guter Wurf. Sehr guter Wurf. El Daco. Holt euch das Ding. Ich hab das Ding. Ihr müsst den Hasen wegkloppen. Den goldenen Hasen. Hab ihn. Der Rotor hat ihn mir einfach aus der Hand gerissen. Ich bin genockt. Komm, wir gehen zu zweit, Junge. Komm, jetzt du musst durchziehen. Ich zieh doch. Ja. Was? Ja. Ich dachte schon, der zählt nicht. Ich hab ihn reingeworfen, Alter. Echt? Ja, ja. Ich hab's gesehen. Aber es wäre echt frech gewesen, wenn er nicht gezählt hätte. Guck, wie ich ihn schmeiße. Zack. Letzter Rettungswurf. Das sind zwei Katzen, die sich liebhaben. Ja. Auf der Parkbank. Der eine hat den Kopf irgendwie merkwürdig zwischen den Beinen. Komisch. So was sehe ich. Normalerweise immer nur, wenn ich meinen Onkel besuche. Vorsicht, Shiba Run. Ja. Richtige Nackenschelle, du. Oh, ich bin ausgenockt. Ich lieg da rum. Äh, äh. Ah, ich hab ihn rauswühlen können. Aber jetzt hat der Otter mich wieder geblockt. Otter Punch. Da kriegt er von mir. Jawoll. Verteidig die Ente. Ich hab dich. Das ist mir nicht. Du bist nicht. Ich häng da irgendwie so. Alter, was für ein Wurf. Ja, lauf, lauf, lauf. Kannst du es schaffen, Junge. Guter Wurf. Der Hund ist ausgenockt. Jetzt. Der Otter, der Otter spielt zu gut. Der Otter ist ESL. Der hat mich mit dem Ball weg ESL't, Alter. Ich block. Ich brauch Hilfe, ich bin Nock. Jetzt, jetzt. Geh rein. Ey, wie ewig lang ich Nock bin. Äh, wie die mich halten hier. Der Hase. Warum krieg ich den nicht? Jetzt. Nein. Oh. Come on. Das ist Disrespect jetzt noch gewesen. Da hat mir noch einer reingehauen, der. Der Pisser, du. Alter, dieser verdammte Hund. Boah. Alter, der Golden Rabbit. Ich lieg da, ich kann nichts tun. Nein. Nein. Guck mal. Nein. Bämlicher Halverprügel da hinten. Ah, ich hab gedacht, vorne sind mehr noch bei Bewusstsein. Ich wollte so ein bisschen die hinteren Reihen. Ey, du musst immer zum Ball. Immer zum Ball. Der Otter ne Kelle. Oh, was? Wie konnte er das da rauswühlen? Ich bin am Ball. Aber um mich rum sind sehr viele Menschen. Ich bin bewusstlos. Stoppt euch den Ball. Ich glaub, ich hab ihn. Nein, doch nicht. Boah, Alter, hab ich eben gerade. Der Otter hat den Ball. Der Otter hat den Ball. Ich bin K.O. Boah. Leute. Der Hase. Oh, der Hase zieht jetzt wieder durch, oder was? Ich bin bewusstlos. Oh, ich hab die Ente geschützt, aber der Ball ist in die Gegnerhand gelangt. Nee, nee. Die sind durch. Der Otter da hinten. Der Otter da hinten. Der Otter schützt bringt nichts. Nee, aber der Otter prügelt mich auch die ganze Zeit. Ist egal. Zum Ball. Sobald du dich bewegen kannst, zum Ball nicht irgendwo hinten rumrennen. Da fetzt der ihn rein. Das ist nicht wie beim Hockey. Oh, es ist eine schon gelieft. Weniger. Boah. Ich komm nicht hin. Nee, ist drin. Und der Hase haut mich doch weg. Nee, keine Chance. Dann macht er den Goalie. Alter. Das ist ein Profi-Game. Richtiges Profi-Game. Aber du siehst halt, welche Loser. Damit macht er sich noch doppel-losermäßig strafbar, wenn er lieft. Beim Verlieren. Ja, aber jetzt haben wir jemand Neues. Vielleicht ist das die Wende. Ich bin bewusstlos. Ich liege hier rum. Wo ist der Ball? Ja. Bei mir. Oh mein Gott. Ich hab den Ball. Ich schmeiß den nach vorne. Ich hab alle ausgenockt. Ich schmeiße. Ich block. Alter, komm jetzt. Zählt doch. Was ist das? Was ist das? Wieso zählt der nicht? Warum zählt der denn nicht? Hä? Ich bin... Hä? Das Ding ist immer noch bei denen. Alter, was war das denn? Was war das denn, Freunde? Das war ja wirklich ein Schiebungsball, oder? Ja, da hat wieder einer irgendwie so Lag-Systeme. Ich liegt. Ich auch. Alle. Alle liegen da. Ich hab den Ball. Ja. Komm schon. Komm schon. Grabschen. Grabschen. Warum zählt der denn nicht? Ja. Alter. Da kommen sie wieder. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Es ist immer zum Ball. Da muss man immer zum Ball. Der Ball ist Leben. Der Ball ist Gage. Der Gold ist ja auch irgendwie permanent im Nacken, ne? Sponsoren, die springen sonst ab. Ja, das ist ein Nacken. Was fürer ist das? Boah, ich hab richtig in die Fresse bekommen. Achtung, der Hase. Komm schon. Ich schlag doch. Ich hab gebohrt. Guck mal, wie schnell das bei denen zählt. Ja. Guck mal, wie schnell das bei denen zählt. Das berührt die Linie und schon haben die gewonnen. Guck mal, wie schlag. Es passiert nichts. Der Hase ist Cheater. Jarrak oder wie er heißt. Einmal die Linie berührt und schon zählt das als Punkt bei uns. Wir müssen doch das Ding weich klopfen hier im Tor, weißt du? Ja, wir müssen doch anrufen, Bescheid sagen. Hey Leute, da liegt ein Ball drin und so. Dann kommt der Schiedsrichter aus dem Urlaub von einem Malediven runter mit dem Flugzeug. Und sagt, ah ja, guck mal an. Guck mal an. Moment, ich mach mal ein Videobeweis erstmal noch. Spielt in der Zeit schon mal weiter. Ich geh auf safely. Ich geh auf safely auf load. Ich geh auf Lollipop. Was muss man da machen? Muss an den Ballon springen, an den Safe. Also in der Mitte spawns ein Safe und dann musst du ihn in die Basis schleppen quasi zurück. zu deiner Basis. Okay, und dann ist der safe sozusagen. Dann ist der safe, aber es kann noch gerangelt werden an der Stelle auch. Also immer Vorsicht. Guck mal, wie präzise das der Hund da macht. Jaja, der hat ja auch keine Gegner. Ich glaub, du musst wieder El Tigre. El Tigre? Ich glaub, da muss wieder jemand ganz tief in den Kelloggs. Aber ich könnte auch hier den, 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 die Hai-Liebe. Den Kuschelhai. Hammerlove. Mit der, mit der, mit der, äh, Swinger-Club-Maske. Jetzt für dich haben wir nur ein T-Shirt. Ja, stimmt. Ja, aber bei ihm passt das, weil seine Augen ja links und rechts sind. Hey, ich hatte einen Unkel, der sah auch so aus. Ach, die, die haben eine Hai-Krankheit. Die haben wieder Hai-Krankheit. Wow, wow, wow. Wow. Direkt erstmal weggepuncht. Ist der Wind oder sowas? Ja, ich bin auch weg. Nee, ihn hab ich weggepuncht. Au, jetzt sind die zu zweit. Aber er schlägt seinen Kumpel K.O. Vorsicht. Alter, er fliegt rüber. Ranhängen. Ich wollte, aber es ging nicht. Ich muss hoch. Schnell. Oh, nee, der hat mich richtig präzise ausgenockt. Oh mein Gott. Verprügelt ihn. Ja, zieh ihn raus, zieh ihn raus. Ja. Oh Mist. Ich bin genockt, ich bin genockt. Ich auch, aber er ist noch nicht drin, der Safe. Ich hab die Ente K.O. Otta, hier ist ein Angriff. El Charco. Ihr müsst ihn rausziehen. Ja, wieder. Dran. Ja, da hängen welche dran. Oh nein, das ist aber, nein. Aua. Zieht den Safe raus. Ich hab dich, nicht den Safe. Ich werd hochgeblaut. Jetzt, 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 jetzt. Was ist mit ihm? Nein. Ich hab die Ente weggeballert. Nein. Nee. Uah. Guck mal, die stehen schon da vorne. Ja, es geht direkt weiter. Wo bin ich? Der hängt schon dran, dieses korrupte Balross. Ich hing irgendwo fest und bin runtergefallen. Der Shark ist unten. Ja, hab ich auch. Jetzt muss jemand dran. Die Ente kommt schon wieder. Ich schaff's ja alleine. Ich issen die irgendwie alle. Ich spawne. Die Ente hat mich. Los, ich lenke die Ente ab. Ich hab es. Ich, ich hab es. Oh, der Hai. Ich hab immer noch die Ente. Ich komm nicht weg. Der Hai hängt mit dran. Wo bin ich denn? Ich sterbe jetzt einfach. Oh, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Die Ente hat mich irgendwie da ewig festgehalten. Die sind zu dritt. Die Katze hängt noch dran. Wir haben Artenkale auch. Nein, nein, er bewegt sich wieder. Ey, diese Ente. Diese Ente, ich bin schon wieder ausgenockt. Aber die Katze rettet. Die Katze rettet uns. Nice. Achtung, ihr müsst diese Ente wegholen. Die nockt jeden beim Passieren aus. Aua. Ich bin K.O. Die Ente, ja. Die Ente ist weg. El Doggo. Oh, ich bin K.O. Oh, Katze. Los, geh rüber, Katze. Ja, Katze geht rüber. Abblinken. Aua. Das war ich. Ja, Katze safe. Hab's drin. Gut gemacht, Katze. Du musst aber hier in der Mitte direkt wieder zurückkommen. Es geht nahmlos. Wir haben's noch nicht drin. Wir haben's noch nicht drin. Das Walross. Hilfe da hinten. Das gibt's nicht. Wie, was geht da ab? Da hinten ist Krieg. Ich bin dauernd ausgenockt. Ich auch. Oh Gott, der Hai hat mich ausgenockt. Jetzt rein damit. Der Ventilator war doch schon an. Alter, ich komm nicht auf die Beine. Walross ist ausgenockt. Jetzt. Hai, ist ausgenockt. Jetzt schieb das Ding rein. Ich will ja, aber... Das hat mich ausgenockt. Das wird so eine Hassente. Ey, diese Ente. So, Ente. Alter, jetzt haben sie mich ausgenockt. Ein M4 ist AFK. Und, Alter, wie er es rüberzieht. Oh, der ist schon auf der anderen Seite. Ich halte dagegen. Ich halte ihn hier drüben im Griff. Alter, er hat mich ausgenockt. Es gibt es nicht. Zieht es raus. Zieh es raus. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich kann nicht. Oh, ich wurde direkt ausgenockt vom Boden. Ich spieke nicht. Du musst dich mit dranhängen. Mit zwei Leuten zieht man stärker. Oh, da kam Wind. Ich wurde eben in... Boah, nee, ist... Ab und zu gibt es hier so richtig fies Wind. Ich bin down. Ja, nice. Die haben mich hier endlich rausgeprügelt. Ich hatte alle hier ausgenockt. Aber jetzt kommen sie wieder und nocken mich. Ich bin genockt. Oh, kacke. Blindig. Du weißt nicht mal, wo ich bin. Du bist auf mir drauf irgendwie. Ach, nur der Hals zieht es rüber. Ich habe mich dran gehängt. Ihr müsst sie ausknocken. Ich komme nicht hoch. Die sind zu zweit. Keine Ahnung. Nein, ich wurde ausgenockt. Ich auch. Wo sind unsere Leute? Keiner da. Es sind acht blaue. Alter, es gibt es nicht. Keiner da gewesen. Alle irgendwo unterwegs. Bitter, bitter, bitter. Sehr, sehr bitter. Bin ich denn? Ach da. Hi. Weil war die Katze doch so stabil. Wie sich drinnen hängt. Die Kassen. Das ist ein geiles Bild, ey. Das mache ich ins Album. Das ist cool. Ich hatte es so besoffen irgendwie. Weißt du? Busball? Redemption? Oder? Machen wir Busball Redemption. Heute ist es irgendwie nur so teambasierte Plays. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie den Football Albtraum. Wir müssen irgendwie loswerden. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Ja, wenn es nur so einfach wäre. So, wen haben wir denn heute mal hier? Wen nehmen wir denn mal? Ich glaube, hier, ich nehme mal den. Hast du die auch? Die Echse? Ich habe die Uhrzeitechse hier. Den Leguan, oder was soll das sein? Naja. Das ist derselbe. Das ist ja ein ganz anderes Vieh. Das eine ist ein Kroko. Das andere. Naja, habe ich nur die beiden hier. Nehme ich den hier. Oh, den hat Reidon auch. Den Krawallgebürsteten. Es gibt nur einen Krawaller. Alter, da waren schon Leute wieder. Oh. Wow. Nice, Alter. Das war ein guter Wurf. Ja, drin. Alter, geil. So fängt das gut an. So fängt das gut an, ey. Schön auf Krawall-Echse. Die andere Krawall-Echse wollte mich aufhalten. Bam. Bam. Boah. Shock for all, ey. Ich mache einen Kick-Jump. Oh, nix gebracht. Oh. Ja. Rein, rein, rein. Nein, da war ein Kabel im Weg. Ja, ich habe ihn rein. Ich habe ihn rein. Wie sie alle bewusstlos da liegen, ne? Ja, guck da, wie der am Pfosten, am Kabel oben abgeprallt ist, ey. Guck hier, und dann flitsche ich ihn auch so mit meinen letzten. Und dann habe ich mich bewusstlos auf seinen Anus gelegt. Und wir haben alle uns erbrochen und eingestuhlt. Ja. Nein. Ich liege, ich kann nix tun. Boah. Ich liege auch. Oh, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Boah, Explosion. Zu viele Männer an einem Ball. Das ist wie in so einer Herrendusche. Nee, nee, nee. Ich brauche Hilfe an den Enten. Nee. Der ist durch. Der ist durch. Ich habe mir die Katze weggebrüht. Mau. Ich habe ihn. Ich habe ihn ein bisschen nach vorne flitschen können. Boah, mein eigener Mann hat mich ausgenockt. Haut den doch mal weg. Ich haue ja. Es geht nicht. Man haut vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute immer so präzise Schläge landen. Aber du versuchst, guck da, ich versuche ihn zu schlagen, rutsche vorbei. Kannst nix machen. Boom. Easy eingekorbt. Die wollen ihr Comeback. Die wollen ihr Comeback. Wer hat den? Ich bin bewusstlos. Das gibt's nicht. Wird direkt ausgenockt. Ja, ich bin auch schon wieder bewusstlos und rein. Alter, die nocken aus. Das ist unglaublich. Da kommst du auch nicht mehr ran. Okay, da war ich schon wieder ausgenockt. Ne. Maff, maff. Er war vorhin in unserem Team. Ja, und jetzt hat er gesagt, die hat mich so abgelost. Boah, ich habe nach vorne noch ein bisschen flitschen können, aber wurde dann ausgenockt. Wer hat mich denn hier? Ey, ich bin immer noch genockt. Ey, diese Katze. Alter, mein eigener Mann. Jetzt. Schmeiß das Ding. Lauf. Schmeiß es. Nice. Eingekorbt. Party. Puff. Die Musik. Ninja Cat. Er hat die Augenklappe. Olaf, Olaf, Kat. Präzise und Scholz, ey. Kann mich nicht mehr dran erinnern, wie ich das reingekommen habe, das Ding. Boom. Boah. Wo ist der Ball? Da, 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 bei dir. Ich werfe ihn nach vorne. Der hat mich nämlich schon wieder ausgenockt. Dein Zwillingsbruder. Ja. Oh, nein. Schrecklage. Was? Sammelklage? Gegen Scholz. Ey, ich kriege ihn nicht. Der dodged da so präzise, du. Ah. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Mich hat es ausgenockt, aber ich habe ihn zum Glück noch festgehalten. Was? Der hat mir aus der Hand gerissen. Haut ihn. Habe ich, aber ich wurde auch genockt. Ich bin genockt. Oh, da kommt so ein Häschen jetzt. Nein. Hä, der Hase. Was ist mit ihm? Noch jeden davor. Ja, lauf, Hundi. Wo bin ich? Ich bin K.O. Ja. Ja. Nice. Gut durchgezogen. Gut durchgezogen. Guck mal, er hat sich nicht aufhalten lassen. Nee, nee, der hat ihm da irgendwie am Nacken gehangen, du. Butter im Nacken und sein eigener Kumpel hat ihn K.O. geschlagen. Ja, du ordentlichen Butter im Nacken, du. Ja, Butter im Nacken, das ist doch eine Technik, du. Butter im Nacken muss man haben, du. Ich habe den Ball nach vorne geboxt. Sehr guter Ballwurf. Sehr guter Box. Ich lege immer noch am Boden. Rennt da rum. Äh, rennt da rum. Ey, Junge. Alter, du hast mich ausgenockt. Nein, ich wollte ihn treffen. Und ich wurde auch nochmal genockt. 4-4. Ey, der Typ ist krass. Wenn der einmal den Ball hat, gucken wir dir an, wie er da auch den hochhebt. Irgendwie so ein Tanz da aus. Da kommt sie nicht dran. Butternacken, ja, ne. Richtigen, feuchten Flözen. Butternacken, du. Der hat doch Margarine an die Schwimme heute. Das habe ich doch gesehen, du. Alter, wie die mich hier im hinteren Mittelfeld schon ausknocken. Äh, nee, die haben das Ding. Haben wir irgendwas in der Defense? Ich bin bewusstlos. Ich wollte defenden, aber du kannst sie nicht boxen. Es geht nicht. Du schwappelst einfach so dran vorbei, immer. Na, guck. Na, äh, äh. Box, Box. Nichts getroffen. Und reingeschwappelt, das Ding. Jetzt wird es halt tight. Das müssen wir punkten, du. Ja. Ja. Oh. Präzisionswurf. Nein, ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Ich habe ihn. Ich habe ihn ausgenockt. Ich bin immer noch nocked. Ich bin ewig nocked. Alter, EXO. L-EXO. Gibt es nicht. Ich habe L-EXO K.O. geschlagen. Bin aber selber K.O. gegangen. Der Ball ist Zittermann. Er ist unterwegs. Ich habe ihn. Ihr müsst die Leute losprügeln von mir. Wer gehört denn dazu? Ich weiß es doch nicht. Jetzt zieht ihn weg. Ich muss fest. Rot. Nee. Ich wurde ausgenockt. Achtung. Ich halte mich fest bis zur Explosion. Ja. Da unten bin ich gekommen. Nice, Alter. Ich habe direkt eingetan. Guck mal, wie er schön... Oh, gute Drehung. Velvet Jimbo, Alter. Zack. Und gepunktet. Richtig gut. Jetzt komm. Finale. Matchball. Ja. Lauf durch, Junge. Ich knock den Hasen. Der ist so genockelt. Genockelt. Ja. Was ein Ball. Ich boxe dem Hasen noch mal in sein dummes Hasengesicht. Guck mal, er ist nah in den Pfosten. Und dann kommt er... Und dann... Direkt nochmal gekrapscht und rein. Schöne Selbstvorlage. Nicer Abschluss. Alter. Das ist... Das Spiel ist reiner Sweat geworden. Er ist reiner Sweat, ey. War richtig guter Booty. Leckerer Booty, du. Hey, Leute. Ich bin auch da. Ich bin zwar bewusstlos, aber schön. So, Friends. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir werden kommentieren, unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Wir schwitzen hier für euch. Auf Wiedersehen. Und... Tschö. Tschüss.